Hallo und willkommen bei Hardware Rat. Hier das Update des 800 Euro Gaming Computers März 2020. Als Prozessor der AMD Ryzen 5 3600 mit 6x3,6 GHz. Er hat einen Turbo-Takt von 4,2 GHz, 65W TDP, unterstützt Dual Channel, hat SMT, das bedeutet er hat insgesamt 12 Threads und man kann ihn wie jeden Ryzen Prozessor frei übertakten. Außerdem ist sein Boxkühler gleich mit dabei. Es ist ein sehr guter Gaming Prozessor, auch preis-leistungstechnisch und es sollte für Gamer die nächsten 2-4 Jahre noch super ausreichen. Nun zum Member, das MSI B450M ProVDH Max mit dem AMD B450 Chipsatz. Es hat USB 3, SATA 3, 4 DDR4 RAM-Bänke, PCI-Express 3.0, einen M2-Slot, 5.1 Sound und am AI-Panel, einmal PS2, 4x USB 2, 4x USB 3, eine LAN-Buchse und 3x 3,5mm Klinken für den Sound. Weiter geht's mit dem Arbeitsspeicher. 16 GB G-Skill-Aiges, DDR4, 3000 und CL16 sind recht flott. Es ist ein Dual-Kit, was bedeutet man kann ihn im Dual-Shell-Modus betreiben und 16 GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre auf jeden Fall genug. Nun zur SSD, eine 240 GB Crucial BX500. Es ist eine der besseren Einsteiger als ATA-SSDs und 240 GB reichen der Regel aus zu das Betriebssystem und alle Programme. Für das restliche Zeug als Festplatte eine 1 TB von Toshiba. Es ist eine überdurchschnittlich schnelle Festplatte und ein TB soll für die meisten unter euch locker ausreichen. Jetzt zur Grafikkarte eine 8 GB Ice Rock EX 5700 Challenger OC. Sie hat als Anschlüsse für den Monitor, 3x Display-Porter und 1x HDMI und mit ihr sollte man die meisten derzeitigen Spiele auf Full HD auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Nun zum Netzteil, das 500 Watt Be Quiet Pure Power 11. Es ist ein Multi-Rail DC-DC Netzteil mit 80 plus Gold und 500 Watt sind für den PC mehr als genug. Man hat als noch etwas Platz zum Aufrüsten. Nun zum Gehäuse, das Bitfenix Neos. Es ist ein schlichtes Gehäuse, bietet aber genug Platz für die Komponenten. Außerdem ist ein 120 mm Lüfte bereits vorinstalliert. Aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Außerdem sollte man noch zwei weitere Lüfte installieren, hier die Arctic P12 Silent, damit hat man dann die eigentlich perfekte Lüfteranzahl. Wie ihr jetzt schon bemerkt habt, bei dem PC wurde diesmal ordentlich auf Luxus verzichtet, um möglichst viel Leistung reinzubekommen, also so, dass ein Ryzen 3600 und eine RX 5700 passt. Gerade zum Beispiel beim Gehäuse könnte man überlegen, ein bisschen mehr auszugeben. Es erfüllt halt gerade so die Mindeststandards für den PC. Aber jetzt zeige ich euch noch ein paar Komponenten, die man nehmen kann, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte. Für 25 Euro bekommen wir einen wesentlich besseren CPU-Kühler als der Boxkühler. Hier ein EKL Alpenfön Ben Nevis. Damit kann man dann eine wirklich leise Kühlung für den Prozessor machen. Für etwas mehr als 10 Euro mehr bekommt man eine M.2 PCI Express SSD. Hier eine 256 GB Silicon Power P34 A60. Damit hat man dann deutlich mehr Speed als mit der BX500. Für rund 25 Euro mehr kann man aber auch stattdessen eine doppelt so große SSD nehmen, halt die 480 GB Variante der BX500 für jeden, der mehr SSD-Speicher haben möchte. Wer keine Lust hat, den PC selber zusammenzubauen und lieber ein Fertig-PC kaufen möchte, der kann sich mal bei mir auf der Website umschauen. Dort gibt es nämlich den Gaming-PC Hardware-Rad 800. Der PC hat halt nur eine GTX 1660 Super, dafür aber ein etwas besseres Gehäuse, ein besserer CPU-Kühler und Windows 10 ist bereits installiert und aktiviert. Wer den PC selbst zusammenbauen möchte, sowas aber noch nie gemacht hat, der kann sich gerne meine Videoreihe anschauen, wie man einen PC zusammenbaut. Playlist-Link auch in der Videobeschreibung. Das war's dann aber auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr sagt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, lasst ein Abo da. Dann bis zum nächsten Video. weiter. ин Stefan